Es ging heute vorwärts, wenn ich das so sagen darf. Ja bitte was, ich hab's ja akustisch nicht verstanden. Sag ich, es ging heute vorwärts, wenn ich das so sagen darf. Ja, bei mir auch. Ja? Ja. Was passiert? Gutes Geld verdient. Das ist so. Ja, ich muss sagen, heute war auch das erste Mal, dass ich richtig überhaupt was verdient habe, sag ich mir so. Ja, ich ebenfalls. Oh, ist echt okay. Vielleicht liegt ja unser Karma zusammen heute. So, Sack. Ja. Sie arbeiten aber nicht bei den Matix, oder? Äh, ne, ich arbeite nicht bei den Matix. Nee. Ich bin, äh, sie waren auch gestern oben. Ja. Beim LCS. Beim Abschlepper oben. Achso, ja, 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 stimmt. Ja. Ach Gott. Daher kennen wir uns genau da oben, war es das erste Mal, ne? Nee, das erste Mal, weil das ist hier am Würfeltag bei den Blumen. Ja, 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 die junge Dame mit dem junges Mann. Ja, genau. Ja. Oh Gott, ich bin so fützisch, vollstimmend. Ich komme immer durcheinander, die Sprache, dann das und dann bin ich noch gesichtsläger, ist die nie geheißvollstimmend. Na gut, mein Herz ist bestimmt heute nochmals. Ich wünsche Ihnen was, Ihnen und Ihren Freund. Bis dann. Vielen Dankeschön. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Also ich habe mit den Automaten nur Plus gemacht, ne? Ich auch. Also ich kann die Automaten nur empfehlen, richtig gut. Der Herr? Hallo, der Herr wollte Ihnen was sagen. Naja, aber schöne Weste haben sie da. Ja, dankeschön. Kann ich die mir mal ausleihen? Herr Docks, komm, fahr mich jetzt dahin. 100.000. 100.000? Für 100.000 machst du dein ganzes Gesicht pink? Ja. Mit Lippen, Stiften, alles was du möchtest. Ist ja eigentlich schon verlockend, ne? Kannst du jetzt machen? Mach mir doch mal einen Rabatt. Ich habe ja auch beim Tuner Rabatt gegeben. Hey, 120, habe ich gesagt, du hast 100 gesagt, ich bin dir entgegengekommen. Ja, ich gebe dir 50 for real, wenn du das echt machst.